Raketenterror in der Ukraine. Dutzende Marschflugkörper sind in mehreren ukrainischen Landesteilen eingeschlagen. Das Ziel des russischen Angriffs ist die Energieinfrastruktur des Landes, unter anderem in der Hauptstadt Kiew. Anwohner berichten in den sozialen Medien von heftigen Explosionen. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko sind 40 Prozent der Bevölkerung von Kiew vorübergehend ohne Strom. Und auch das Atomkraftwerk Saporichia soll nach Angaben des Betreibers aktuell vom Stromnetz abgeschnitten sein. Es handelt sich um einen der schlimmsten und laut Klitschko längsten Raketenangriffe der Russen auf die gesamte Ukraine seit Beginn des Krieges. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgerufen.